Hallo zusammen, mich hier ist wieder euer Chiller und heute bin ich wieder für euch hier in Battle for Estet unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um den Erfolg aus Altmach Neu und für diesen müssen wir verschiedenste Relikte zum Glutorden bringen. Und zwar eine Armbrust, eine Flasche, ein Hut und ein Messer. Beziehungsweise ein Fläschchen, so rum, keine Flasche. Und ja, ich bin jetzt hier schon an dem Spot vom Ersten. Das haben wir nämlich hier, das ist nämlich dieses alte Fläschchen. Und das befindet sich hier oben. Man muss quasi einmal hier nach oben laufen, dann in dieses Flussbett quasi rein und dann einmal hier runter. Also einen Wasservoll runter springen und dann ist man quasi auf so einer Mittelplattform. Und hier zwischen den zwei Steinen, zwischen zwei Steinen ist quasi hier das Fläschchen. Und das können wir looten. Und dieses Ding müssen wir dann einmal irgendwo hier oben, war es glaube ich, hinbringen. Ja, das machen wir aber dann, sobald ich quasi mir alle eingesammelt habe. Ich habe mir auch wieder ein Makro gemacht, wo man quasi, ja, die Standorte hat. Vier Stück sind es. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zum nächsten weiter. So, das nächste ist die Armbrust und die sehen wir da schon zwischen den Bäumen ein wenig durchschimmern. Warte mal, jetzt ist die Kamera gerade drüber, das Kamera-Layout. Ja, jetzt seht ihr es vielleicht ein bisschen besser. Hier haben wir sie. Und zwar sind wir hier oben bei der Fässerung der Allianz, bei den Koordinaten 53, 51. Und ich würde sagen, die schnappen wir uns jetzt mal. Ja, und das nächste, was wir brauchen, ist hier unten das Messer. Und dazu würde ich sagen, ja, nutzen wir gleich mal den Gleiter. Wo ist er denn? Oh, shit, 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 shit. Ja, das hat schon mal gut funktioniert. Also ich glaube, dass die meisten Tode, die ich bis jetzt in dem Addon hatte, beziehungsweise auch in Legion, bevor das Fliegen war, ist einfach der Fallschaden. Also so oft wie ich irgendwo runterplumse. So, hier unten sehen wir es. Haben wir das Messer irgendwo liegen? Und zwar, oh, jetzt muss ich meine Makros nochmal drücken, dass ich sie nochmal auf der Karte habe, dass ich sie finde. So. Oh, ein Hauchen Pet-Battle-Viecher sind hier auch. Spinnen. Oh, und hier müsste irgendwo das Messer liegen. Schauen wir mal, ob wir es finden. Drücken wir mal nochmal. Also, ziemlich genau vor uns müsste ein Messer liegen. Hmm. Das ist teilweise ganz schön tricky. Ah, er steckt im Baum. Seht ihr, altes Messer. Da haben wir es. Und dann fehlt uns jetzt nur noch ein Gegenstand, und zwar der, der da ganz hinten ist. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das Letzte, was uns noch gefehlt hat, ist hier der Hut. Den haben wir jetzt vor mir liegen. Und zwar sind wir jetzt einmal hier oben raufgelaufen. Das dürfte die Erkenntnis auch im World-Quest-Gebiet. Und hier haben wir quasi den Hut dann liegen auf diesem, ja, was ist denn das? Knochen, würde ich jetzt mal sagen. Und jetzt haben wir quasi alle Items, und die müssen wir jetzt einmal abgeben gehen. Und da müssen wir wieder hier hoch auf den Berg. Und ja, ich laufe mal wieder rauf, ne? Ja, dann sind wir oben auf dem Berg angekommen. Und zwar sind wir jetzt hier oben bei den Koordinaten 45, 27. Und wer das hier durchgequestet hat, dürfte das mit dem Haus hier schon kennen. Und ich glaube, ihr braucht die Quests auch. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe es durchgequestet. Und zwar tut man im Laufe der Quest hier dieses Bücherregal aufmachen. Unten kann dann quasi in die Höhle rein. Man kann hier bestimmt auch hinten am Haus vorbeispringen, ja, ohne dass man das gemacht hat. Ich weiß aber nicht, ob dann hinten diese Tore offen sind, weil ich glaube, die hat man auch im Laufe der Quest hier aufgemacht, wenn ich mich nur noch recht entsinne. Also falls ihr nicht reinkommt, solltet ihr Drust 2 erstmal durchquesten, ne? Beierst das Hortl hat, das weiß ich gar nicht, hast du wahrscheinlich diese Quest gar nicht. Kann ich euch nicht sagen, wie man da rankommt. Aus Allianzler, denke ich mal, wenn du es durchquestest, kommst du relativ weit. So, und hier haben wir nämlich dann diese Quests drin. Und, äh, ja, die kann ich halt direkt abgeben. Bei 3 und Nummero 4. Und da kommt auch mein Achievement. Und das war es dann damit auch. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen bei dem Ganzen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren, beziehungsweise mich positiv bewerten. Euer Telaar, bis zum nächsten Mal. Ciao.